Egal. Jetzt kommt er. Ah, jetzt kommt er runter, ja. Quick. Er ist unser Kumpel jetzt. Ja, ja. Ich dachte, wir dürfen ihn kämpfen. Nein, das ist ein alter Borderlands-Spieler. Ach. Narkastisches. Guck mal, der, der klatscht da da. Guck dir mal die... Was? Die Granate, die grad durch die Gegend fliegt. Wo? Die ist ja oben. Hier. Ähm, da. Was ist mit der denn, alter? Der hat den hab ich gefunden. Full Spacey. Und ich hab immer noch fünf Stück. Boah. Sind komisch, oder? Kann aber immer wahrscheinlich gut hilfreich sein. Der kamerjäger also, die Slaps getroffen. Was sei der herrliche Chance, zwei Banditen mit einem Börserschlag zu tun. Bäh. Mach ich nicht. Oh. Hm. Ja, dann mach die kacktür auf. Und gib. Danke. Oh, ich brauch' ne andere Waffe. Oh, nein, ich muss nachladen. Ja, das ist ja egal. Da ist sie, explodiert eben. So. Ach, die Transmitter. Hm. Hä, warum haben die die Feuer nicht zerstört? Also nicht? Nein, der Hund ist am Bählin. Ist der behindert. Der Wuffwuff. Ja. Tschüss. Das Ding ist schneller kaputt, als für Sachen aufstehen kann. Wow, 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 Mörserschlag. Ja. Wollte ich schon gesehen. Und er rennt da einfach rein. Ja, was für ne schwule KIs das auch. Ach so, macht er. Mach den Shit kaputt. So. Haben wir. Ja. Nächstes. Da so lang. Ja. Ich muss eben das mal gucken, wie lang ist. Warum rennt er jetzt? Ach so, ja, wegen den Gegner. Ja, klar. Naja, Skin verdient. Ja. Ja. Wieso? Da der Hecht bin. Weil du gestört bist. Oh, der Witz. Jetzt um jeden kümmern ist. Ja, dann kümmere dich aus um jeden. Na, guck ich, was ich für Skins bekommen habe. Dankeschön. Was habe ich denn hier? Ach so, er hat die Erfahrung. Ja. Ich bin gleich schon Level 23, wenn das so weitergeht. Ja. Und wie weit bist du? Ja, ein bisschen mehr als der Hälfte. Boah. Ich bin anderthalb Balken noch entfernt. Wie ich dreieinhalb. So. Boah. Hör, die kommt da jetzt um so oder nicht? Nee, die kommt da nicht um so. Kein Punkt ja auch an. Alter, was ist das denn? Äh. Check ich nicht das. Ion. Da hinten. Boah, ich hab... Okay. Mein Bildschirm eben wäre ich fast ausgegangen. Ja, auf jeden Fall gut gekommen. Ja, das ist das Neffige bei uns. Weil du es nicht ausschalten kannst. So. Boah, heizt Maul. Tschüss, guck da. Bin runtergeholt. Jo, endlich mal. Ja, Junge. Feiner, Junge. Ich weiß, da kommt der Nächste. Komm, bitte. Ja, siehst du. Wo ist er denn? Twent Twitter. Kauf hier. Wow. Oh, komm schon. Für... Gucken, dass ich noch. Ich hab schon durchgezogen. Wir haben ganze Zeit. Voll gut. Ja, hab ich gesagt. Voll mit dem Stein. Wir folgen jetzt... Den Stonebrick. Den Stonebrick? Boah, nein. Das wird nur Folge heißen. Folge Stonebrick. Ja, ja. Jetzt mach einfach den Bad. Das ist doch kalt. Ah, wo doch Zeit. Was ist denn da? Da. I got a Grenade for you. Fuck you are. Badass Loader. Badass At- Badass At- Badass At- Badass At- waiting for you. ализ lightly. Danke. Und "-top a Meg norte hecho". Ja. Verkaufen. Da digestion bar Salt Lake Luke. Bring ja eh nix. Da influenced movies by poring구. wir können weg sicher okay machen dann auch nach century ich wollte nach century ich mach schon nicht okay ein century vielleicht kriegen wir nächstes level dann wollte ich mir mal ein afg mal zwei schlüssel näher bekommen55 schlüssel ein lösen wo ich mach meinem jetzt fünf schlüssel wo verfolgt man nicht gibt es nur scheiße ist das level ich nicht alter 1000 schaden jetzt habe ich geöffnet er ist ja gut aber eben beim iridium nach schauen ja man muss verkaufen panzer forst noch mal höhen eine korrosions ding ok in einen korrosions raketenwerfer ich habe noch 16 also ich kann noch mal granaten machen jetzt habe ich ein iridium nur noch die granaten kannst jetzt haben ich kann jetzt sieben granaten das sind alles okay die anderen kann eigentlich direkt schon weg die ist effektiv gegen schilder aber sonst noch nicht das ist schon mal besser das heißt das kommt definitiv weg das ist die für die 90 schaden ja was denn ein sniper gewehr kann weg das kann auch weg schon ein bisschen wieder misty weg ein bisschen misty kinsen kinsenreiter ach eben verkaufen der 3000 ist eigentlich der besser das hat der faktor schluss habe ich jetzt noch kommt aber kann man noch mal die scheiß schluss den akku genau ich auch nicht nehmen wir noch ein paar sachen erhöhen ladegeschwindigkeit vom schild und kapazität der kommen wir haben noch mehr kräfte der status effekte ja ich weiß was wir gleich voll sein aber wir wollen ja erst mal mainstream machen glaube ich dir noch hast du die waffen hingeworfen oder was was ist hier mit den dingern in drinnen sich die rausnehmen weg tun ja und da kann ich mir da was annehmen kann ich beides nicht gebrauchen ich mache nur korrosion viel habe ich dir noch ein kann ein mache ich noch dann habe ich noch 170 schlüssel war es alter meine granate 2677 schaden ok meine tausend 1683 exklusionsradius 560 zündungszeit 2,5 das ding ist fett durch die gegen die die muss nicht auf gut stellen so das hat die maximal ja maximal gesundheit gegen das opfern ist so viel besser da kann ich die scheiß sachen verkaufen hier ich habe die sachen hier vom ecke genommen ja 18 schuss 18 schusse magazin oder was aber ist auch schon eine ganze menge ja klar ich habe auch zu viel platz hat erstmal nach so die kann eigentlich mental bleiben dann kann ich weiß jetzt nicht was kommt aber ich tue mal die 900 sniper rein ja reisen oder nicht reisen das ist die frage warte erstmal ok trinke ich nur einen schluck also muss man verkaufen ok 50 aber habe nicht genug dafür kann kann ich nicht kann ein sniper könnte ich noch mehr machen aber diese benutze ich also gar nicht ab und zu mal das problem die könnte besser sein ist auch smg